17. Als um 5 Uhr Janes Wecker klingelte, musste sie noch mal auf die Snooze-Taste drücken. Zweimal! Normalerweise stand sie schon unter der Dusche, bevor sie die Augen richtig offen hatte. Als würde das Piep-Piep sie nicht wecken, sondern eher aus dem Bett katapultieren. Wie ein Toaster eine Scheibe Weißbrot auswirft. Nicht heute. Heute lag sie nur da und starrte die Zimmerdecke an. Gott, diese Träume! Die Träume, die sie vergangene Nacht gehabt hatte. Träume von diesem gespenstischen Liebhaber, der zu ihr kam und sie nahm. Sie heftig bestieg. Sie konnte ihn immer noch auf sich, in sich fühlen. Schluss damit! Je mehr sie daran dachte, desto stärker schmerzte ihre Brust. Also riss sie sich mit herkulischer Anstrengung zusammen und wandte ihrer Aufmerksamkeit der Arbeit zu. Was sie natürlich zu Monello führte. Sie konnte nicht fassen, dass er sie geküsst hatte. Doch das hatte er. Mitten auf den Mund. Und da sie irgendwo im Hinterkopf schon immer neugierig gewesen war, wie es wohl mit ihm wäre, hatte sie den Kopf nicht weggezogen. Also hatte er sie noch mal geküsst. Er küsste gut, was nicht sonderlich überraschte. Das Erstaunliche daran war gewesen, dass es sich falsch anfühlte. Als wäre sie jemandem untreu. Wieder klingelte der blöde Wecker. Fluchend brachte sie ihn mit der Hand zum Schweigen. Verdammt! Sie war müde, obwohl sie eigentlich dachte, sie wäre früh ins Bett gegangen. Wobei sie nicht mehr genau sagen konnte, wann Manny gegangen war. Sie konnte sich erinnern, dass ihr ihr die Treppe hochgeholfen und sie ins Bett gebracht hatte. Aber in ihrem Kopf herrschte so ein Chaos, dass sie nicht mehr wusste, wie spät es gewesen war. Oder wie lange sie gebraucht hatte, um einzuschlafen. Egal. Sie warf die Decke von sich, tappte ins Bad und stellte die Dusche an. Dampf stieg auf und trübte die Luft. Sie machte die Tür zu, wollte in die Dusche steigen und... Als sie etwas Feuchtes zwischen den Beinen spürte, runzelte Jane die Stirn. Rasch zählte sie nach und kam zu dem Ergebnis, dass ihr Zyklus durcheinander sein musste. Nein, das war nicht ihre Periode. Sie hatte Sex gehabt. Ein eiskalter Schreck vertrieb die Hitze des Dampfes. Oh mein Gott, was hatte sie getan? Was hatte sie nur getan? Sie wirbelte rum, ohne zu wissen, wohin sie eigentlich wollte, und schlug sich entsetzt die Hand auf den Mund. Vom Dampf sichtbar gemacht, standen auf dem Spiegel die Worte Ich liebe dich, Jane. Sie taumelte rückwärts, bis sie gegen die Tür stieß. Mist, Mist, Mist! Sie hatte mit Manny Minello geschlafen und konnte sich an nichts erinnern. Puri ließ sich in Raphs Arbeitszimmer nieder. Dieses Mal auf einem filigranen, hellblauen Ohrensessel am Kamin. Sein Haar war noch nass vom Duschen, und er hatte eine Tasse Kaffee in der Hand. Er brauchte einen Joint. Während der Rest der Bruderschaft langsam eintrudelte, sah er Raph an. Was dagegen, wenn ich mir einen anzünde? Der König schüttelte den Kopf. Ich würde das eher als Dienstleistung betrachten. Wir können heute alle ein bisschen Passivkiffen brauchen. Wie wahr! Heute war jeder neben der Spur. Sadist stand zappelig am Bücherregal. Batsch war von dem Laptop auf seinem Schoß abgelenkt. Raph saß erschöpft hinter einem Berg von Papierkram. Raph stiegerte auf und ab, konnte nicht stillsetzen. Ein sicheres Zeichen, dass er in den Nachtstunden keinen Kampf auftreiben konnte. Und Vicious? Vicious war der Schlimmste von allen. Er stand an der Tür und starrte ins Leere. War er früher schon eisig gewesen, dann hatte er sich jetzt in einen Gletscher verwandelt. Er wirkte noch verbissener als in der vergangenen Nacht. Als Puri sich ein Joint anzündete, dachte er an Jane und Vicious und überlegte, wie der Sex zwischen den beiden wohl gewesen war. Er stellte sich vor, dass sie zwar sicher reichlich gerammelt, aber bestimmt auch wunderschöne Augenblicke der Nähe erlebt hatten. Bestimmt nicht so, wie er in dieser Toilette, mit dieser Prostituierten. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. War man eigentlich immer noch Jungfrau, wenn man zwar in einer Frau gesteckt hatte, aber nicht zu Ende gekommen war? Er war sich nicht ganz sicher. Trotzdem würde er niemanden danach fragen. Es war einfach nur widerlich. Er hatte gehofft, mit jemandem zu schlafen, würde ihm weiterhelfen. Aber das hatte es nicht. Jetzt steckte er noch mehr in der Falle. Besonders, weil sein erster Gedanke, als er durch die Tür des großen Hauses marschiert war, Bella gegolten hatte. Er hatte gebetet, sie würde ihn nicht erwischen, solange er noch nach dieser Frau roch. Um Abstand zu gewinnen, brauchte es offenbar etwas anderes. Wobei, vielleicht bräuchte er dazu eben einfach nur Abstand. Er sollte wahrscheinlich aus dem Haus ausziehen. Fangen wir an, sagte Raph und begann die Sitzung. In schneller Abfolge besprach er einige Themen, die die Glömera betrafen. Dann lieferten Barge, Rage und Sate ihren Bericht von der Jagd ab. Viel gab es nicht zu berichten. Die Lesser verhielten sich in letzter Zeit relativ still. Vermutlich, weil der Hauptlässer vor zwei Wochen von Barge getötet worden war. Das war typisch. Jede Verschiebung in der Führungsriege der Gesellschaft hatte eine Auszeit im Krieg zur Folge. Obwohl der Waffenstillstand nie lange dauerte. Als Puri sich einen zweiten Joint anzündete, räusperte sich Raph. Und jetzt zu dieser Primalszeremonie. Puri nahm einen tiefen Zug, als Wischers Diamantblick sich hob. Krass. Der Mann wirkte, als wäre er in der letzten Woche um 150 Jahre gealtert. Die Haut war fahl, die Augenbrauen tief nach unten gezogen, die Lippen verkniffen. Er war noch nie ein Spaßvogel gewesen. Aber jetzt sah er regelrecht verhärmend aus. »Was ist damit?« Fragte Wischers. »Ich bin dabei!« Raph blickte zur Seite. »Puri, du auch?« »Wir gehen heute um Mitternacht.« »Okay?« Puri nickte. Dann wappnete er sich innerlich, weil es aussah, als wollte Wischers etwas sagen. Der Körper des Bruders verspannte sich. Die Augen flitzten hin und her. Der Kiefer malte. Doch es kam nichts aus seinem Mund. Puri stieß eine Rauchwolke aus und zerdrückte den Joint in einem Kristallaschenbecher. Es war grausam, den Bruder blutend zu sehen. Zu wissen, dass er litt, während man nichts dagegen tun konnte. Er erstarrte. Eine unheimliche Ruhe überkam ihn. Eine, die nichts mit dem roten Rauch zu tun hatte. »Himmel, Herrgott, noch mal!« Raph rieb sich die Augen. »Raus hier!« »Und zwar alle!« »Beruhigt euch ein bisschen.« »Wir drehen noch alle durch!« Da ergriff Puri das Wort. »Wischers, wenn der Primalsquatsch nicht wäre, dann wärst du mit Jane zusammen.« »Oder...« Wischers Diamantaugen verengten sich zu Schlitzen. »Was zum Henker hat das jetzt damit zu tun?« »Du wärst mit ihr zusammen.« Puri blickte zu Raph. »Und du würdest ihn lassen.« »Richtig?« »Ich meine, sie ist zwar ein Mensch, aber du hast ja auch Mary.« Wischers schnitt ihm das Wort ab, die Stimme so eisig wie sein Blick, als könnte er nicht glauben, dass Puri so dummes Zeug quatschte. »Es kann niemals funktionieren, also lass das Thema besser stecken.« »Doch...« »Das könnte es.« Jetzt flackerten Wischers Augen brutal weiß auf. »Nimm's mir nicht übel.« »Aber meine Nerven stehen kurz vorm Zerreißen.« »Mich jetzt in Ruhe zu lassen, wäre eine ausgezeichnete Idee.« Unmerklich schob sich Rage näher an Wischers ran, während Sade sich neben Puri aufbaute. Raph stand auf. »Wie wär's, wenn wir die Sache ruhen lassen?« »Nein, ihr sollt mich anhören.« Puri erhob sich ebenfalls aus seinem Sessel. »Die Jungfrau der Schrift will einen Angehörigen der Bruderschaft.« »Richtig?« »Für den Zweck der Fortpflanzung.« »Auch richtig.« »Oder...« »Warum musst du das sein?« »Wer sollte es denn sonst sein?« »Zum Teufel!«, knurrte Wischers und ging allmählich in Angriffsposition. »Warum nicht...« »Ich...« In der darauf folgenden Stille hätte eine Granate unter Raphs Schreibtisch losgehen können, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Die versammelte Bruderschaft starrte Puri an, als wären ihm plötzlich gigantische Hörner gewachsen. »Na ja...« »Warum denn nicht?« »Sie braucht doch nur DNS?« »Oder...« »Also könnte jeder Bruder das übernehmen.« »Meine Abstammungslinie ist stark.« »Mein Blut ist gut.« »Warum kann ich das nicht machen?« »Seidest raunte.« »Himmel!« »Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ich nicht primal sein sollte.« »Wishes Aggression floss förmlich aus ihm raus.« »Und zurück blieb ein Gesichtsausdruck, als hätte ihm jemand mit voller Wucht eine gusseiserne Pfanne auf den Hinterkopf geschlagen.« »Warum solltest du sowas tun?« »Du bist mein Bruder.« »Wenn ich was in Ordnung bringen kann, was falsch läuft.« »Warum sollte ich es dann nicht tun?« »Es gibt keine Frau, die ich liebe.« Bei diesen Worten zog sich seine Kehle zusammen und er massierte sie. »Du bist der Sohn der Jungfrau der Schrift.« »Richtig.« »Also könntest du ihr den Wechsel vorschlagen.« »Jeden anderen würde sie vermutlich dafür töten.« »Aber dich nicht.« »Vielleicht könntest du es ihr sogar einfach nur mitteilen.« »Er ließ die Hand sinken.« »Und du könntest ihr versichern, dass ich die Aufgabe besser erfüllen würde, weil ich in niemanden verliebt bin.« »Wischers Diamantaugen starrten Puri unverwandt an.« »Es ist falsch.« »Die ganze Sache ist falsch.« »Aber das ist irrelevant.« »Oder...« Puri wandte seinen Blick dem König an seinem zarten französischen Schreibtisch zu.« »Rarf, was meinst du dazu?« »Scheiße«, kam als Entgegnung.« »Sehr passende Wortwahl.« »Herr.« »Aber nicht wirklich eine Antwort.« Da wurde Rarfs Stimme leise. »Sehr, sehr leise.« »Das kannst du nicht ernst meinen.« »Hey, ich hab 200 Jahre Zölibat aufzuholen.« »Gibt's da einen besseren Weg, um den Druck abzubauen?« Das war als Scherz gemeint. Aber leider lachte niemand. »Kommt schon.« »Wer könnte es denn sonst tun?« »Ihr seid alle schon vergeben.« »Der einzig andere Kandidat wäre John Matthew.« »Wegen Darius' Linie.« »Aber John ist kein Mitglied der Bruderschaft.« »Und wer weiß, ob er das jemals werden wird?« »Nein!« »Selist schüttelte den Kopf.« »Nein!« »Das würde dich umbringen.« »Vielleicht, wenn ich zu Tode gefügelt werde.« »Aber abgesehen davon käme ich schon klar.« »Du wirst nie ein eigenes Leben haben, wenn du das machst.« »Natürlich werde ich das.« Puri wusste genau, worauf Seth hinaus wollte. Deshalb wandte er seine Aufmerksamkeit absichtlich wieder Rath zu. »Du wirst es doch erlauben, Jane zu sich zu holen.« »Oder?« »Wenn ich das tue, lässt du die beiden zusammen sein.« »Das war selbstverständlich nicht so geschickt.« »Denn dem König erteilte man keine Befehle.« »Das verboten Gewohnheit und Gesetz.« »Und außerdem das Wissen, dass er ein sonst höchstpersönlich quer durch den Staat New York treten würde.« »Doch im Augenblick kümmerte sich Puri herzlich wenig um die Etikette.« »Rath schob die Hand unter die Sonnenbrille und rieb sich mal wieder die Augen.« »Dann stieß er hörbar den Atem aus.« »Wenn irgendjemand die Sicherheitsrisiken, die eine Beziehung mit einem Menschen birgt, in den Griff kriegen könnte,« »Dann wisch es.« »Also, ja, verdammt, ich würde es erlauben.« »Dann lässt du mich für ihn einspringen?« »Und er geht zur Jungfrau der Schrift?« Die Standuhr in der Ecke legte los. Das gleichmäßige Schlagen war wie ein Herzschlag. Als sie wieder verstummte, sahen alle Rath an. Nach einer Weile sagte der König, »So sei es.« Sadist fluchte. »Batsch pfiff durch die Zähne.« Rage steckte sich ein Lolli in den Mund. »Also gut.« »Dann«, sagte Puri. »Verfluchter Mist! Was habe ich da gerade getan?« Offenbar dachten alle anderen dasselbe. Denn niemand rührte sich oder sagte ein Wort. Vicious war es, der schließlich den Bann brach. Wie eine Dampfwalze raste er quer durch den Raum. Puri wusste kaum, wie ihm geschah. In einem Moment wollte er sich gerade einen neuen Joint anzünden. Im nächsten kam Vicious angestapft, warf ihm zweimassige Arme um den Oberkörper und quetschte ihm die Luft aus dem Leib. »Danke«, sagte Vicious heiser. »Danke. Selbst wenn sie dich nicht lässt. Ich danke dir, mein Bruder.« »